So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Justice God's Amongst Us Amongst Us Amongst Us Ja, schon Amongst Us Diesmal wieder mit mir Flash und mit dem guten Jan als Cyborg Ich bin mit den Titan Cyborg Janis Road Oh ja, mein Jan stand mir Diesmal wird sicherer Qualität voll besser, weil wir einfach die Kombos angeschaut haben und auch bisschen geübt, was man in unserem Level sehen soll Ja, der Josh einfach mal so, ja, ich übe 3, 4, 60.000 Stunden Er kommt schon, ich habe einfach alle Gegner einmal mit Flash fertig gemacht Weißt du, ich so, ich habe ein bisschen geübt, Josh so Ich habe ein bisschen geübt, ich level 11, Josh level 15 Ja gut, aber ich meine, wer es kann, der kann, nicht wahr? Ja, können das raus Können, komm rein Ladebalken ist raus, aber irgendwie level noch nicht Ja Level Also, bei dir ist schon fertig geladen Nö Man, ich habe deswegen level noch nicht Jetzt, okay Jetzt, hallo 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 Hallo, ah Jetzt, ja Ja, geht dann Aber ich muss kurz Kombos angucken Okay, also Man muss schon sagen, ganz ehrlich, das Matchmaking hier ist nicht optimal Nee Gotta go fast Wump Fang mich, wenn du kannst Okay, hast du aber deine Kombos? Los geht's Klar, ich habe immer meine Kombos Gut, auf die geht's Okay, das war ein eindeutig ein Fehler, das Team Titans geht zu, aber ich schlauze auch Ja Ja, da. Und? Ja. Ne, denied. Oder auch nicht. Ah! Nein! Der Jan, der kämpft hier mit unfairen Tricks. Aber das können wir auch. Hallo, meine Formen funktioniert nicht. Ich hab das mit Kontroll-Up. Jetzt hab ich doch auch mal umsteigen, weil ich die Natur fliege. Ah, zu schnell für dich. Alles klar. Und tschüss, Jan. Alles klar. Oh, Scheiße, das sieht unangenehm aus. Jan ist raus. Alter, dieser Leck. Ja. Meine Kombos funktionieren nicht. Hallo, das ist ein Kombo. Warum machst du dann keine Kombo? Weil du ein Schwuppgeläser siehst. Jetzt hat er. Alles klar. Oh, du bist es also so, Jan. Das ist die Speed. Das ist die Speed Force. Das ist deine Mutter Force. Das ist deine Mutter Force. Alles klar, Jan. Jan, du hast es nicht anders gewollt, ganz ehrlich. Ja, jetzt machst du auch deine Bereisen. Okay. Ach komm, das war meine Power Force. Warum hat die das so gemacht? Das ist ein Kombo. Oh, ja. Ich stehe deutlich über dir. Ja, dafür siehst du aus wie du spruchle. Ach, du hast keinen Mund. Ja gut. Manche Leute brauchen keinen Mund. Ich schau mir mal die anderen Flash-Designs an. Ah, ich liebe Flash einfach. Ähm, Black is Night. Nehmen wir mal Erde 2. Flash. Green Arrow. Hm, wer wird's wohl? Das ist ein Scheiss-Spiel. Wir können ja mehr was mit Zufall erzählen. Vielleicht hängst du vom Level ab. Super. Die Anzeige gibt der Level raus. Anzeige kam rein. Mich schugt die Anzeige, ich schaff relativ wenig. Man beachte hier jans wunderbares Boom-Hintergrund. Ah, jetzt geht's schneller. Sehr schön. Na, das nenne ich mal ein Auftritt. Oh. Oh Gott. Oh Gott, du siehst noch Schwuppen. Oh Gott, Jan. Au. Au. Alles klar. Das ist nicht spät, Fox. Alles klar. Äh, kleiner Leck. Nice Leck. Ja, das war jetzt sinnvoll, Juli, dass du einfach in den Luft schießt. Gib ich dir schon erstmal einen richtig neisten Punkt für. Alter, mein Kommus-Hundchen hat doch überhaupt noch Kommus-Hundchen. Ah, da war mal eine. Alles klar. Okay, du willst es so. Oh, schnell für dich. Hm? Ja, ist das schnell für dich? Das ist so gemein, dass du nicht ausweichen kannst. Oh, du könntest blocken. Ja, also. Oh, Jan, nein. Nein. Oh, nice Leck. Nice Leck. Mei, geht der down. Hä? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich hasse deine. Oh. Oh, der war nice. Weißt du, was auch nice ist? Mh. Oh, der weicht aus. Hallo. Oh. Ah. 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 Was du dauernd so. Lass mal Match-Verbindung machen? Hm. Aber es wär ganz wund. Skorchl. 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 Naja. Wenn es wieder ich wäre Ich bin einfach Römer Na ist nur noch ein Spiel, dann bin ich Level 16 Wie sieht es bei dir aus, Jan? Naja Rechts unten ist die Tür Also mit Skorpion bin ich wahrscheinlich nicht so gut wie mit Flash Weil Flash einfach wunderbar einfache Kombos hat Naja, mit Kombos passt die Kombos So wie auch nicht Und dieser eine, wo ich in die Laufstellung gehe, hat drei verschiedene Ausgänge Das heißt, eine Kombos hat drei verschiedene Anfänge Und das ist ein... Drei verschiedene Kombos am einen anfangen, das ist einfach sehr angenehm Okay, dann eben nicht Erstmal Kombos anschauen, Jan Äh, ich hab schon geschaut Okay, dann fertig Get over here Was der Hölle? Alles klar Was wird das hier? Okay, du wartest es auch Warte kurz mal nachschauen Ah ja Ich weiß es wieder Okay Oh Oh Ähm Ähm Danke, Semestro Ja Ach, komm schon Also mein Kombos funktioniert Alter, ich muss echt an den Controller Das funktioniert so nicht Du kannst einfach keine Kombos von dem Fuss machen Mit dem Fuss Nee 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 Oh Es funktioniert einfach nicht Ah ja Was ist das eigentlich? Ich muss mal ein Aspen Eat Ah Nein Ah, scheiße Äh Äh Jan, echt jetzt? Das findest du wahrscheinlich auch noch witzig Funktionier doch mal die scheiß Kombos Ich hab doch keinen Bock mehr drauf, dass die scheiß Kombos nicht funktionieren Nee Nein Nein Oh Oh Ich mag den Oh Oh ja ab erfolgt es ist einfach nicht so dass sie kommen muss nicht funktionieren mit der Karte und schon und schüsse an ab in die Hölle es ist in die Ultimit das Kopien gesehen also nicht weiter aus eigentlich hätte ich gewinnen müssen aber ja es ist einfach recht das Bild macht die Tastatur die Dinger oder die Kombos aber nicht auf dem mit meinem wer ist es mit meinem nicht mit meinem Joystick auf meinem Kontrollen sondern schon unten mit dem Falltasten und Steuerkreuz über die Jürgen die Störung damit ich kann nicht damit ich die ganz schnell ein die Bewegungsdaten sind immer noch so wie bei Bewegung ach so ja das sind das ist okay ich wusste nicht dass das geht ja das probiert weil dann ist er klar okay das erklärt so einiges haben Tastatur ist einfach so mit dem Joystick ist einfach so maximal 25 Prozent der Fälle funktioniert es okay ja ja einmal von 25 das ist der Mann im Steuerkreuz vielleicht geht das besser man muss sich ein bisschen dran gewöhnen aber ich habe gemerkt die Komboschläge also xxy oder xya sind sehr schnell und zwar hauptsächlich dafür dass du danach noch was dranhängen kannst na ja klar ok ja das probiere ich jetzt mal ne wie man sieht mit Sinestro komm ich schon deutlich besser zurecht der hat jetzt schon deutlich besser geklappt Sinestro gegen Flash wäre mal ganz interessant ja keine Ahnung Sinestro komm ich gut mit zurecht so mal sehen erstmal wieder Kombos anschauen nach diesem ewig langen Ladebildschirm mal wieder erstmal gucken ok dann gucken ja wie gesagt ich bin jetzt Aris und bei Aris habe ich noch nicht alle raus weil Aris absolut viele hat ich zeige dir was Angst bedeutet er kann ein paar ganz coole sagen warte kurz Sekunde ok oh da wollte ich mich uns nicht mehr machen was bringt es mir hallo hallo ne wahrscheinlich alles klar Jan was ich heart chines warum ok ist es war auf alle sn dir in w터 martin in sie Nochmal ein kurzes Nachschauen. Ah ja. Hallo, Combo. Ja, dann halt nicht. Ah, Jan. Wenn du deine Luft hast, kann ich natürlich total verstehen, Combo. Nee, ich konter deine Combo, das weißt du. Jan, ich blocke deine Combo. Ah, bis auf die. Okay. Und tschüss. Nein, f*** ich voll ausweichen. Ja, jetzt halt echt schon voll. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, hör auf. Okay, Anzeige gegen das Spiel ist raus. So, der kleine Sack, der jetzt nicht, das ist Spastiker. Ne, doch kommt rein, hab ich gehört. Verstehst du? Ja, ja. Neuen Kämpfer? Ziehen der S-Druck gegen Flash? Anzeige? Nee. Hm. Wen nimmst du, Jan? Killer Frost. Killer Frost? Ich muss irgendjemanden nehmen, den ich nicht so oft spiele. Nehmen wir mal Red Sun, Green Lantern. Ne. Ha! Ach, Jan. Mach mal eine ganz schöne Statistik kaputt. Gestern war ich noch besser als du. Ja. Und dann hab ich halt geübt. Na. Kleiner Spastiker. Also, Leute, ihr seid alle Zeugen, dass ihr wahrscheinlich so ein kleiner Cheetah-Boy ist. Wahrscheinlich. Irgendwie konnte man Angriffe abwähren, aber ich hab vergessen, wie. Komm, lass gucken. Ja, Ladebildschirm laden. Ja. Was? Wieso? 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 Meine Fresse. Was ist los mit mir? Nein, wieso? Ich will nicht, Jan. Sekurskorn, Kombos nachschauen. Medigan, Druckluftschlag, Lentensmacht. Äh, mein Aufpräsentum ohne so das allergeizt. Lentensmacht. Raketenkraft. Wo war es? Rakete. Okay. Hä? Hey. Hallo. Ähm, ja. Nee, du musst keine Kombos machen, wenn du mich willst. Killer-Full. Au. Okay. Ja, ich hab doch gesagt, wo war es? Was? Was? Okay. Was zur Hölle? Nö. Ah. Ah, ich weiß, was ich mache. Ah, ja. Geht's ganz gut. Ich hab mich gestern auch öfter gemacht. Hallo, mach doch mal da nicht eine Kombos. Okay, nee. Hehehe. Nee. Mickriger Frost. Ja. Ja, okay. Hallo. Hallo. Was? Wieso macht der? Hallo, und ein Ding? Das ist doch eine Kombos. Warum machst du die nicht? Du K***. Das ist doch eine Kombos. Nö. Ah. Ah. Was zur Hölle? Hallo, mach doch jetzt ein Kombos. Wenn ich da ein Kombos, verstehe ich. Genau. Wenn du ein Kombos machst. Gut, Kili. Ah. Bin ich? Killer Frost? Das wäre ich. Ah. Nein. Jan. Ich seh gar nicht gut aus. Ah. Nein. Nein, fuck. Ich wollte gar nichts spielen. Ah. So hart noch. Hm. Erstmal natürlich auch Flugzeuge auf dich werfen. Also, ob Raketen nicht genügend wären. Nein. Ah. Ich glaube, du wirst von meiner 3-Sitzung sein. Ah. Ja. Werde ich. Nein. Ah. Kein Wunder bei dir im Aussehen. Tja. Da würde ich auch sterben, wenn ich in den Spiegel schaue. Oh, das sieht natürlich nice aus mit dem Tor. Okay, das hat's dir. Ja. Du hast da nur was am Bein, Jan. Ja, gut. Ja, gut. Letzter Flash-Wound. Ja, gut. Ja, was ist hier los? Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Ja. Und, äh, ich hätte gerne mal Flash gegen Sinestro, Jan. Okay. Also, du willst Sinestro sein? Jo. Ähm. Sinestro. Nehmen wir mal den Regime-Flash. Gotham City. Ich brauche den Regime-Ginestro. Was nehmen wir nur von Gotham City? Gotham City oder Gotham City? Hm. Gotham City. 100 Punkte. Für... Was auch immer. Ich benutze meine Umgebung noch relativ wenig. Fällt mir gerade auf. Ja, ich hatte gestern immer als Wunderung dazu die Fresse geklaut. Das war nice. Mega-Bottamer. Ich schaue halt immer auf die linke Seite, um zu sehen, wann ich RB drücke. Und gestern warst du halt, Horst. Und... Ja, gut. Ich war da halt auch. Ja, gut. Muss ich halt mal rechts gucken. Gugen. Gugen. Gugenberg. Gugen mal. Schon dieser Gugenberg. Muss erst mal gucken. Ich muss erst mal nochmal Kombis gucken, ne? Ja, ja, kein Problem. Ich schlag dir währenddessen auf die Schnauze. Ja, dachte ich mir. Ne, keine Sorge. Ach, hast du nur gestern gemacht. Ich hatte das zuhörer Sack. Ich zeige dir, was Angst bedeutet. Jo, wahrscheinlich. Fang mich, wenn du kannst. Los geht's. Okay, erst mal Kombis nachschauen für die Nihane, gell? Okay, kann man loslegen? Äh, also von mir auch schon. Hallo, mach doch mal die Scheiße. Okay, also mit Flash bist du einfach ein Kaffee. Mach doch mal die Scheiße. Nö. Hör, Jan. Oh. Das ist die Speedform. Hast du gehört, Jan? Äh, halt für dich. Äh. Oh, schade. Das ist die Speedform. Alter, warte mal. Das ist nicht mehr feierlich. Hör mal auf. Dann block halt. Ja, er macht auch keine Kombos. Meine Nestros und Hülkombos machen meine Übelgewerbe. Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Jo, erst mal geblockt. Hä? Ja, er kann auch erst mal nicht hochspringen. Alles klar. Ich bin einfach so schnell für dich. Ja. Wie zerstört. Wie zerstört wurdest du bitteschön. Ja, oh god. Dann würde ich sagen, wunderschönes Ende. Das Niederflash-Spiel ist. Was das meint, wie doch. Von dieser Runde Injustice mit dem am Boden zerstörten Jan nicht. Bis dahin.